Ach, das wird jetzt ein Film. Jetzt musst du geschwind noch eine Show zeigen. Weißt du, wie es geht? Er nimmt schon auf, Fritz. Achso, ne, mach ein Foto. Was ist das Wischendenscheiß-Film? Ein tolles Feuerzeug. Ich weiß auch, wie ich ein tolles Feuerzeug habe. Ich bin ein bisschen im Arsch. Ich habe zwei Stunden gepennt und die Nacht davor habe ich gar nicht gepennt. Wie lange nimmt denn der auf? Der hat 15 Minuten oder so. Echt? Ja, mach mal Stopp. Ich habe zwei Stunden gepennt. Und ich habe zwei Stunden gepennt. Ich bin ein Stoß, ein Stoß, ein Stoß, ein Stoß, ein Stoß. Ich bin ein Stoß, ein Stoß, ein Stoß, ein Stoß. Ich bin ein Stoß, ein Stoß.